Wenn du eine Million Aufrufe in nur 30 Tagen haben willst auf TikTok, dann ist der erste von 8 Schritten deine Denkweise anzupassen. Das sage ich zumindest meinen Kunden immer. Ich frage sie ja nochmal, willst du wirklich viral gehen? Denn viral gehen ist aktuell mit TikTok, Shorts und Reels einfacher als jemals zuvor. Schritt Nummer 1 ist, Nischen zu vergessen. Alle sagen immer, du musst dir deine Nische suchen, damit du erfolgreich wirst. Aber wenn du viral gehen willst, dann musst du den Mainstream ansprechen. Sehr, sehr viele Leute. Du wirst mit deinen Videos immer nur einen Bruchteil deiner potenziellen Gesamtzuschauerschaft ansprechen. Wenn du eine Million von Menschen ansprechen willst, dann muss diese Million auch nur ein Bruchteil deiner Gesamtzuschauerschaft sein. Also vergiss die Nischen. Und das hat einige Nachteile. Wenn du den Mainstream angezeigt werden möchtest, einfach random ins Feed gespielt wirst, dann wirst du Hate bekommen. Du kannst noch so positive Messages haben. Du wirst mit Hate-Kommentaren konfrontiert werden. Und wenn du dafür bereit bist, dann hast du richtig Macht in der Hand. Wenn du weißt, wie man viral geht, hast du die Superpower, Aufmerksamkeit zu generieren. Aufmerksamkeit ist die knappste Ressource, die wir im aktuellen Zeitalter haben. Aber wenn du weißt, wie man diese einsetzt, dann kannst du daraus Fans, Kunden oder Mitarbeiter gewinnen. Schritt Nummer 2 ist, finde deine Contentform. Du wirst in 30 Tagen nicht zum Influencer. Bedeutet, du kannst nicht einfach die Kamera auf dich halten, während du Rasen mischst oder, weiß ich nicht, bügelst oder so. Deine Einfachssituationen interessieren keine Sau. Bedeutet, die einfachsten Möglichkeiten viral zu gehen in so kurzer Zeit ist, in zwei Kategorien zu denken. Entweder du bist unterhaltsam oder du bist informativ. Hier ein paar Beispiele, wie du unterhaltsam viral gehen kannst. Auf der einen Seite kannst du in Trends, in Memes oder alles, was den aktuellen Zeitgeist widerspiegelt, denken. Dabei versuchst du, einen Trend zu finden, auf Trends aufzuspringen und deinen eigenen Twist hinzuzufügen, mit dem Hintergedanken, dass du eine Emotion triggern möchtest. Du möchtest die Emotion triggern. Diese Person hat den Trend gewonnen. Ein gutes Beispiel ist gerade, ihr kennt ja aktuell den Song hier, Whiteberry Lillet von Nina Chuba. Und da hat er zum Beispiel der gute Marty Fischer, der macht immer so tolle Songs und Remixes und Neuinterpretationen, das daraus gemacht. Schauen wir mal rein. Genau, so eine Country-Version hat er daraus gemacht. Dann schauen wir mal in die Kommentare. Was sehen wir da von Nina Chuba? Ein Kommentar besser als das Original. Und das ist genau die Emotion, die du triggern willst. You won the Trend. So, in dem Beispiel geht das. Aber auf der anderen Seite siehst du halt auch in den, jetzt habe ich ihm gefolgt aus Versehen, obwohl ich nicht mehr eingeloggt bin, siehst du auch, dass er verschiedene Remixes und Neuinterpretationen hochgeladen hat und die halt am besten performen. Selbst da ist es nur a game of chance. Auf der anderen Seite, wenn du in der Unterhaltsamkeitsschiene denken möchtest, dann kannst du auch mehr in Spektakeln denken. So, denk daran, so was ein MrBeast auf TikTok machen würde. Irgendwelche Stunts oder ich habe 600 Luftballons, blablabla, keine Ahnung. Irgendwie sowas in der Hand gemacht. Oder ein ähnliches Beispiel wäre zum Beispiel der gute Zach King. Der macht ja immer so Zauberstuff und optische Illusionen und kriegt dadurch immer massenweise Aufrufe auf internationaler Ebene. Schauen wir mal rein. Genau, ihr seht, das ist schon sehr, sehr aufwendig, aber bekommt dann auch dementsprechend die Reichweite. So, was man noch machen kann, ist auf der informativen Schiene zu sein. Und da gibt es für mich auch wieder zwei Möglichkeiten, entweder Talking Head. Da bin ich natürlich ein bisschen parteisch, weil ich das mit meinen Kunden mache. Das heißt, ich labere in die Kamera Videos und meistens redet man über Stuff über sich selber aus der Vergangenheit oder versucht irgendwie Expertise, Informationen oder Wissen zu vermitteln. Wer aus meiner Sicht das Paradebeispiel auf internationalem Raum ist, ist der gute Alex Somosi. Der macht Vertriebs-, Verkaufs- und, keine Ahnung, Lebensweisheiten-Tipps. Das sieht dann so aus. Was auch in die informative Bubble gehört, ist aus meiner Sicht alles, was in die Richtung Reportagen geht. Also immer, wenn man über andere redet oder Neuigkeiten berichtet. Hier zum Beispiel aus Amerika, our future stories. Wenn wir mal reinschauen. Du kannst also generell über andere reden. Tendenziell sage ich, wenn du auf Unterhaltung gehst, wirst du wahrscheinlich mehr Reichweite erzielen. Wenn du es gut machst, muss dafür aber sehr viel kreativer sein. Möchtest du in einer informativen Bubble sein, hast du zwei Möglichkeiten. Wenn du sagst, okay, ich habe kein Problem im Kreuzfeuer des Internets gefecht zu sein und persönlich angegriffen zu werden, dann empfehle ich, okay, mach Talking-Head-Videos, rede über deine Geschichten, über deine Erfahrungen, über dein Wissen. Wenn du aber sagst, kein Bock auf den Online-Hate, dann rede über andere und rede über aktuelle News-Ereignisse oder mit verwandten Themen, wo du deine Expertise beweisen willst. Schritt zwei, also finde deine Content-Form. Schritt drei, analysiere deine Konkurrenz bis ins kleinste Detail. Geh auf TikTok und geh in die Suche und guck nach Themen, die du kopieren, riffen, klauen, was auch immer willst oder die entweder inhaltlich oder vom Format in die Richtung gehen, was du machen möchtest. Und dann suchst du nach den Videos, die über eine Million Aufrufe haben und dann versuchst du zu verstehen, warum. Versuch, diese drei Fragen zu beantworten. Nummer eins, die Hook. Was hat der Creator gerade gemacht, dass ich in den ersten oder die Zuschauer in den ersten drei Sekunden weiter zugeguckt haben? Die zweite Frage ist, was wurde gemacht vom Creator oder vom Editor, damit der Zuschauer nach den drei Sekunden auch bis zum Ende dranbleibt? Und Frage Nummer drei, welche Emotion wurde durch dieses Video getriggert? A.k.a. welcher Tenor ist in den Kommentaren? Also schauen wir in die Kommentare um, was ist so die Grundstimmung? Machen wir das mal kurz an dem Beispiel. Ich nehme dafür den guten Alex Homozi und da schauen wir uns mal ein Video an, was 2,9 Millionen Aufrufe bekommen hat. Here's how He used to game the McDonald's menu to eat cheap and tons of protein. I would go there and add a chicken breast. And if you add a chicken breast to a meal, it's a buck. And so one day I asked her, I was like, can I just have all chicken breasts and not have a meal? And they were like, sure, if you want to. And I was like, how many can I have? They're like, as many as you want. I said, can I have six chicken breasts? And they were like, okay, that's six dollars. So I got six chicken breasts. And I said, how many sauces can I have? They're like, they're free, have as many as you want. I got honey mustard, I got barbecue, I got ketchup, I got mayo. I mixed all those together. And I was able to eat 100, 150 grams of protein in one sitting for under 6 bucks as a single guy who had no money. So, und dann, how I used to game. So wie ich das gemacht habe. Eine persönliche Story, das gibt es nicht irgendwo anders, das ist nicht irgendwie so ein Drei-Punkt-Artikel bei Google, den man so einfach ergoogeln könnte. Here's how. Das Deutsche so. Das impliziert einen Prozess. Und dann mit einem Ergebnis, mit dem Protein, die für einen Großteil unserer Gesellschaft ein Ergebnis ist, was die auch haben wollen. Ja, Proteine, gratis, nicht gratis, aber sehr, sehr billig. Nächste Frage. Was wurde gemacht, damit der Zuschauer bis zum Ende dran bleibt? Zum einen hat man natürlich diese ganzen Bildelemente, diese Untertitel, diese Bildeinwendung, aber die haben am wenigsten Einfluss darauf. Viele denken, das ist das wichtigste Element, ist es aber nicht. Viel wichtiger ist, dass er sehr viele einfache Sätze verwendet, die jeder verstehen kann. Es gibt kein Wort, was er benutzt, wo man irgendwie googeln müsste, um weiterzufolgen. Das wäre alles ein Totschlag-Argument oder das wäre alles ein Element, wo die Leute weiter scrollen würden. Und jeder Satz baut den nächsten weiter auf. Und man will immer wissen, wie geht es jetzt weiter. Und wenn dieser Punkt nicht gerade da ist, wo er zum Beispiel diese Soßen aufzählt, dann versuchen sie das zu hacken mit Bildelementen und versuchen so deine Aufmerksamkeit zu behalten. Letzte Frage. Was ist der Grundtenor in den Kommentaren? A.k.a. welche Emotionen hat das Video getriggert? So, die Grundstimmung ist, ah, das wusste ich noch gar nicht. Beziehungsweise, wenn man dann in die Kommentare guckt, da gibt es mehrere Angriffsflächen, die Leute hatten und worüber Leute kommentieren. Da gab es Besserwisser, die dann kommentiert haben, ah, am Ende des Videos sagt er, es sind unter 6 Dollar, aber eigentlich ist es in der Rechnung exakt 6 Dollar. Aber manche regen sich über McDonalds allgemein auf, manche sagen, das geht jetzt nicht mehr, bla 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 bla. Also es gibt mehrere Angriffsflächen, warum dieses Video viral gegangen ist. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie ich die gleichen Elemente für ein Kundenprojekt genommen habe. Das Video hatte bei TikTok 760.000 Aufrufe, bei Reels über 800.000 und bei Shorts geht das gerade los mit 300.000 Aufrufe, aber wird gerade noch mehr. So hackte ich das Lidl-Kassensystem. Als ich bei Lidl gearbeitet habe, wurde sehr penibel darauf geachtet, wie schnell du beim Abkassieren bist. Mindestens 40 Artikel pro Minute. Bist du drunter, gab es erstmal ein ernstes Gespräch mit dem oder der Vorgesetzten. Dieser unnötige Kontrollzwang war für mich völlig normal, aber heute weiß ich, dass so ein Mist für niemanden gut ist. Diese Grenze von 40 Artikeln pro Minute wurde zum Glück noch während meiner Lidl-Zeit abgeschafft. Kleiner Hack von damals, um die Zeit anzuhalten. Erstmal auf Zwischensumme drücken, den Kunden entspannt rumfahren lassen und dann schnell weiter kassieren. Gehen wir kurz durch. Frage Nummer 1. Was brachte den Zuschauern nach den ersten 30 Sekunden dran zu bleiben? Wir haben hier Lidl statt McDonalds. Dann statt How I used to game haben wir So hackte ich. Gleiches Element. Ich etwas Persönliches und so hackte ich. So impliziert einen Prozess mit einem Ergebnis, was man gerne sehen möchte. Was wurde gemacht, damit der Zuschauer bis zum Ende dran bleibt? Natürlich, klar, die Untertitel. Und ihr habt hier schon gesehen, die sind weniger engaging als die im englischen Original, sage ich mal. Und dann ist aber viel wichtiger wieder Storytelling. Wir haben gesagt, so hackte ich das Lidl-Kassensystem. Dann gab es so 20 Sekunden Zeit, wo über irgendwas anderes geredet wurde, was ein bisschen verwandt mit dem Thema ist. Aber weshalb die Leute eigentlich eingeschaltet haben, dass wir das ganz, ganz, ganz am Ende aufgelöst. Und dann ist das Video vorbei. Und dann, wenn man in die Kommentare guckt, was ist so der Grundtenor? Die Besserwässer haben wir auch wieder am Start. Das ist alles, aber kein Hacken. Und dann regen sich manche auch noch über Arbeitgeber, über Arbeit in Deutschland allgemein auf, über Jobs. Und dann gibt es noch Kommentare von anderen Kassierern. Also es gab auch wieder mehrere Angriffsflächen, weshalb Leute kommentieren. Die Kurzfassung ist also, schau dir deine Konkurrenz an und mach diese Analyse für mindestens 10 Videos und notiere dir alles. Jedes kleinste Details. Und ich empfehle, notiere dir auch besonders die Hooks, wenn es Talking-Head-Videos sind. Wenn du das machst, dann wird dir auffallen, dass es in den Hooks immer, wenn die Videos über eine Million Aufrufe haben, immer über vier Themen geht. Oder dass man die in vier Kategorien aufteilen kann. Oder eine Zwischenform. Entweder es geht in irgendeiner Art und Weise um Finanzen oder es steht Geld auf dem Spiel. Entweder es geht um Gesundheit, bedeutet Abnehmen, Umwelt, Krankheiten, was auch immer. Dann geht es entweder um Liebe, Beziehungen, Sex, Geschlechter, was auch immer. Oder ich nenne es das-kenne-ich-Thema oder beziehungsweise das-kenne-ich, ja genau, das-kenne-ich. Also entweder es wird über bekannte Marken, Promis geredet oder über eine Situation, in der sich jeder hineinversetzen kann. Also Schritt Nummer drei, analysiere deine Konkurrenz. Schritt Nummer vier ist Kontemplaren für sieben Tage und das machst du wie folgt. Du hast jetzt hier eine ganze Menge an Wissen aufgebaut, was gute Videos ausmacht und was nicht. Was du jetzt machst, du blockst dir einfach mal eine halbe Stunde und schreibst Hooks runter wie blöde. 80% deines Videos ist die Hook. Wenn die nicht sitzt, dann guckt keiner mehr bis zum Ende. Bedeutet, klaue schamlos die Hooks von anderen aus, beziehungsweise klaue die Hooks schamlos von anderen und tausche einfach nur ein paar Bausteine aus. Also zum Beispiel, wenn du früher auch Kassierer warst, so hackte ich das Aldi-Kassensystem oder so. Nimm dir das, was du gelernt hast von anderen und klaue alles und schreib einfach runter. Ohne auf Rechtschreibung zu achten, ohne irgendwas zu hinterfragen, schreib einfach Ideen runter, alles, was dir einfallen könnte. Es gibt keine Moral, es gibt keine Ethik, sei die TikTok-Bild. So, und dann, nach der halben Stunde, was machst du? Dann lässt du es erstmal in Ruhe. Dann lässt du den Zettel erstmal da bleiben und gehst eine Runde spazieren oder machst irgendwie Pause, was auch immer. Dann kommst du wieder nach Hause, nimmst dir deinen Zettel und liest die Hooks laut vor, als würdest du sie wie in einem Video vortragen. Also, dann würde ich dann anfangen, so hackte ich das Lidl-Kassensystem. Und meistens merkst du dann schon beim Aussprechen, ob das eine coole Hook wäre und ob du selbst das Video bis zum Ende schauen würdest. Dann nimmst du die und markierst die Besten. Und das machst du so lange, also du machst da verschiedene Rundgänge, bis du nur noch sieben Ideen hast. Diese sieben Ideen nimmst du dann und die formulierst du dann aus. Entweder mit Stichpunkten oder mit Skripten. Ich bin natürlich da parteiisch, weil ich für meine Kunden das ja komplett vorskripte. Also, wenn wir da einmal eine Idee haben, dann schreibe ich für die ja wirklich alles komplett vor. Und ich weiß, dass das dir ein bisschen mehr Sicherheit gibt beim Dreh später und du das Leben einfacher machen wirst im Schnitt. Aber ich weiß, manche hält es auch davon ab, überhaupt irgendwas zu produzieren. Also, finde das, womit du dich am wohlsten fühlst bei der Aufnahme, bei der Produktion, was auch immer. Okay, also Schritt 4. Plan dein Content für die nächsten sieben Tage. Schritt 5 ist das radikale Umsetzen. Blocke dir einen ganzen Tag in der Woche und finde die einfachste Möglichkeit, deine Ideen umzusetzen. Ich als Videoeditor weiß, okay, mir fällt es einfacher, jetzt hier so eine Kamera aufzustellen und im Schnitt ein paar Sachen zu lösen. Und ich weiß, das ist ein Workflow drin, den ich jetzt seit 14 Jahren mache. Und das habe ich einfach drauf und ich weiß, das fällt mir einfach. Aber manche, die haben ja einfach noch nie geschnitten. Also, wenn du sagst, ich habe keine Ahnung, wie ein Schnittprogramm funktioniert, dann lass das und mach alles mit dem Handy und mit einer App. Finde die einfachste Möglichkeit, wie du ins Machen kommst und konzentriere dich lieber auf den Inhalt und nicht auf die Postproduktion. Steck mehr Zeit in das Skript, in den Inhalt und ignoriere erstmal irgendwelche Untertitel oder irgendwelche Einblendungen oder was auch immer. Bei Talking Head Videos, also bei Labervideos in die Kamera, sage ich immer, bei der Postproduktion, mach einfach nur ein Textelement an den Anfang rein. Ja, also schreib die Hook aus als Textelement, entweder in der TikTok-App oder im Schnittprogramm oder was auch immer. Und danach mach die Untertitel erst gar nicht. Da reichen die automatischen Untertitel von TikTok. Es reicht. Solange deine Hook richtig gut ist, wird es immer funktionieren unter der Voraussetzung, dass du okay, verständlich, sichtbar, hörbar bist. Viele verlieren sich darin, dass sie dann sich eine teure Kamera kaufen, teures Mikrofon oder ein teures Licht. Solange du aber okay verständlich bist, okay sichtbar, okay zu sehen bist mit der Kamera, wird es immer funktionieren. TikTok ist eine authentische Plattform, wo nicht die beste Kamera belohnt wird, sondern der beste Inhalt. Produziere und schneide, also nimm alles auf und produziere alles innerhalb von einem Tag und setze sie am besten eine Deadline. Setze sie unter Druck, dass du wirklich an einem Tag fertig wirst. Produziere vor. Schritt Nummer 5 also, radikal umsetzen. Schritt Nummer 6, posten und das jeden verdammten Tag. Die Uhrzeit ist egal. Welche Hashtag zu verwenden ist, ist auch nicht so wichtig. Nutze die Hashtag nur zum Kategorisieren. Bedeutet, wenn du zum Beispiel über Krypto redest, dann reicht das, wenn du Hashtag Krypto in die Beschreibung packst. Aber du musst nicht Hashtag Krypto mit C, Hashtag Krypto mit K, Hashtag Bitcoin, Hashtag Solana reinpacken. Das ist alles die gleiche Oberkategorie. Das sind Hashtags, die deine Audienz schon beschreibt gut. Bedeutet, du wirst immer die Aufrufe durch die For You Page bekommen und nicht durch die Hashtag-Suche. In den aller, aller, allermeisten Fällen. Beim Posten. Versuch dich nicht zu sehr auf die Trendmusik zu konzentrieren, außer deine Videoidee basiert auf dieser Trendmusik. Aber wenn du jetzt ein Talking-Head-Video machst, dann brauchst du die Musik nicht richtig laut im Hintergrund ballern, nur weil du denkst, dass du dadurch Aufrufe bekommst. Es wird nicht passieren. Meine Empfehlung ist, direkt am Anfang einen Business-Account zu machen. Das kannst du in der TikTok-Einstellung machen und dann kannst du Videos auch direkt im Voraus planen. Dann musst du die nicht manuell posten. Nachteil ist, du hast da nicht Zugriff zu einer kompletten Musikbibliothek. Wenn du die haben willst, dann musst du halt einen normalen Account haben. Hast aber den Nachteil, dass du dann die Videos draften musst, also Entwürfen packen musst und dann musst du die manuell posten. Also wegerstellen und so weiter und so fort. So, dann postest du jeden Tag ein Video und dann ignorierst du die Kommentare. Also mach dir keinen Kopf, wenn du jetzt Hate-Kommentare bekommst oder zugeballert wirst. Verschwende nicht deine Zeit damit, auf Kommentare einzugehen. Wirklich nicht. Nimm dir wirklich nur die Kommentare, auf die du antworten willst und versuch jetzt nicht mit besser Wissen zu argumentieren. Es ist alles nur verschwendete Zeit. Wenn du schnell viral gehen willst, konzentriere dich auf die nackten Zahlen. Und das ist Schritt 7. Schritt 7 ist das Auswerten der Statistiken. Wenn ein Video mindestens so zwischen 2 und 400 Views bekommt, dann weißt du, dass die initiale Testung funktioniert hat. Dein Video, egal wie viele Follower du hast auf TikTok, wird erstmal diesen Leuten ausgespielt. Und dann wird geguckt, wie sind die Statistiken. Gucken die Leute das Video bis zum Ende, kommentieren sie, liken sie, aber hauptsächlich gucken sie das Video bis zum Ende. Und wenn ja, wird das Video mehr Leuten vorgeschlagen. Wenn nicht, wird das Video bei der Viewzahl stehen gelassen. Bedeutet, wenn dein Video so mindestens 200 bis 300 Views bekommt, zwischen 200 und 400 Views bekommt, dann weißt du, diese initiale Testung hat funktioniert. Wenn es nicht darüber hinaus geht und du irgendwo stecken bleibst zwischen 200 und 1000 Views, dann hat in den allermeisten Fällen deine Hook schon nicht funktioniert. Wenn dein Video allerdings so bei 30, 40, 50, 60 Views stehen bleibt, dann hast du mit irgendwas dem Algo, TikTok gesagt, mein Video oder mein Account ist Spam. Und dann kannst du auch das beste Video hochladen, dann wirst du nicht weiter vorgeschlagen. Da kann ich nochmal ein extra Video drüber machen, wenn ihr Bock habt. So, und dann schaut ihr euch die Videos an mit den schlechtesten Statistiken und natürlich auch mit den besten Statistiken. Und dein Ziel ist eine Beibehaltungskurve wie das hier. Also, das geht leider aktuell nur in der App. Da kannst du genau sehen, wann die Leute aussteigen und wenn nicht. Und bei einem etwas längeren Video, ich sag mal so zwischen 20 und 40 Sekunden, ist dein Ziel, dass so nach 3 Sekunden immer noch so über 50% der Leute drangeblieben sind. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird dein Video meistens nicht viral gehen. Und dann schaust du dir an, okay, sind die Leute da noch drangeblieben und dann schaust du, gibt es danach irgendwelche Dips. Also, bei Sekunde 20 ist da nochmal irgendwie was runtergegangen. Also, sieht dann zum Beispiel so zum Beispiel aus. Ach, hier war ein kleiner Dip. Und dann kann man dann analysieren, was war da los. Was ich zum Beispiel erkannt habe bei Kunden von mir ist, immer wenn irgendwie das Ende spürbar war im Video, dann haben die Leute schon weiter geswiped und dann gab es so einen leichten Dip. Und ein Signalwort war das Wort also. Immer wenn man versucht hat, am Ende eines Videos noch so eine Lehre mit reinzubringen und die Moral von der Geschichte, bla 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 bla. Wenn man so in dem Tenor quasi irgendwas erzählt und das wird auch eingeleitet mit dem Wort also, dann haben die Leute gemerkt, ah, jetzt kommt schon das Ende, habe ich weiter geswiped. Also, habe ich bei zukünftigen Skripten einfach das Wort also aus dem Wortschatz geskippt. So, wenn es aber eher so aussieht, ja, also wenn du unter diesen 50% bist nach den 3 Sekunden, dann weißt du, okay, die Hook hat überhaupt nicht funktioniert und ich muss an der Hook erstmal arbeiten, bevor ich den Rest optimiere. Also, schreib dir alle deine Erkenntnisse auf, schau dir gnadenlos auf die Zahlen und überleg, was habe ich falsch gemacht und was kann ich am Content ändern. Umso früher du dir selbst die Schuld gibst und nicht dem bösen alten Algorithmus, umso schneller wirst du viral gehen. Ich weiß, ich rush gerade durch die Themengebiete sehr schnell durch und dass viele Details verloren geht. Wenn ihr aber zu einem bestimmten Thema aus diesem Video ein gesondertes Video haben wollt mit einem Tutorial von A bis Z von Umsetzung, Konzeption, Auswertung und so weiter und so fort, egal was ihr haben wollt, dann schreibt mir euren Vorschlag doch gerne in die Kommentare. Und kommen wir nun zu Schritt Nummer 8 und der ist einfacher als man denkt, Rinse and Repeat. Du nimmst deine Erkenntnisse, die du aus der Analyse gewonnen hast und versuchst deine Videos gnadenlos zahlenbasiert zu verbessern. Du nimmst deine erfolgreichen Videos und versuchst diese Ideen nochmal neu zu joinken, zu remixen, nochmal neu irgendwie aufzulegen. Oder wenn es überhaupt nicht geklappt hat, etwas komplett Neues, einen neuen Twist mit reinzubringen. Und wenn du das konsequent durchziehst, also gnadenlos auf die Zahlen schaust und deine Content bis ins kleinste Detail immer und immer mehr optimierst, dann wirst du in 30 Tagen auf TikTok deine ersten Millionen Views machen.